hallo ihr lieben nächstes unboxing von temo da kann nämlich auch schöne diamond painting bilder bestellen ihr sieht einen weißen tiger ein orange schwarzen tiger in so einem young style ihr sehen könnt druck ist auch gut in 30 x 30 wir haben 21 farben runde steinchen standard toolkit das sind die farben dazu weiter geht sie lieben da habe ich mal ein kleineres und 20 x 20 mit so zwei panda werden ein junges und die mutter mit herzen blüten 14 farben auch runde steinchen auch hier wie ihr sehen könnt kann man das gut erkennen das sind die farben dazu weiter geht es ihr lieben hier haben wir auch schon das nächste bild ja so ein engel toten engel mit einem toten kopf hier unten ganz viel links rum toten köpfe auch hier kann man den druck gut erkennen wir haben 21 farben runde steinchen ja habe ich lust drauf gehabt habe ich mir bestellt weiter geht's so jetzt wird schon beim nächsten bild eine eule auch hier sieht man den druck ganz gut wir haben hier 24 farben runde steinchen ich komme mit runden steinchen eher klar als mit eckigen wir haben eine maß von 30 x 40 das sind die steine dazu die farben beziehungsweise weiter geht es jetzt sind wir schon beim nächsten bild zwei wölfe rosa und blau 30 x 40 runde steinchen wir haben hier 20 farben und das sind die farben dazu kommen wir zum nächsten bild hierzu muss ich was sagen das war ein vierer set fand ich cool die elfen runde steinchen wir haben hier 23 farben wir haben hier 23 farben auch hier könnt ihr sehen der druck ist gut 30 x 40 runde steinchen wir haben hier haben wir schon das zweite von dem vierer set finde ich auch ganz hübsch 23 farben auch dies ist ein maße von 30 x 40 auch hier sieht man die symbole ganz gut das sind die farben hierfür weiter geht es ihr lieben hier ist 3 von 4 von dem set finde ich auch wunderschön auch hier sieht man das sehr gut hat auch eine maße von 30 x 40 wir haben 23 farben das sind die steinchen dazu weiter geht's ihr lieben hier kommen wir von 4 und 4 das bilderset mit den elfen das ist das letzte bild dazu auch hier sieht man die symbol ist ja klar 30 x 40 portet clue heißt ich konnte euch das so zeigen wenn der doppel sich der kleber drauf ist und wenn ich das sind aus und dann wieder einräumen würde ja würde das nicht gut fürs bild sein wir haben hier 23 farben dann hat die toolkits überall dabei ich gesehen habe das sind die farben dazu das war jetzt mein themo an boxing ich wünsche euch einen schönen tag und lasst die welt runter werden ciao ciao